So Freunde, wunderschönen guten Morgen, wie Anni kündigt, heute Frühlingserwachen, fahr jetzt runter, muss aber gerade erst noch zwei, drei Sachen laden, da ist es chillt und näht, aber da ist es nackt, fahr gerade nach nebenan, dann würde ich sagen, fahr mal runter, wenn ihr wollt, bleibt mit dran, wenn nicht, bleibt trotzdem mit dran, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. So Freunde, angekommen sind wir, die ersten Arbeiten sind gemacht, Strom immer auch liegen. So, wie ihr sehen könnt, Tische sind schon raus, Schirm ist schon raus, das steht schon soweit, Hilfe ist auch am Start. So, dann fangen wir jetzt an, die Produkte rauszuräumen, dann können wir so langsam starten. Wette, bis jetzt optimal, schauen wir mal, ob es so bleibt. So Freunde, Aufbau ist geschafft, ich zeige euch, so sieht es aus. So, wir werden jetzt gerade noch mal Geschenke eingepackt, hier, die Kleinen, die hier, da müssen wir uns jetzt darum kümmern und dann kann es losgehen. Dann gucken wir mal, was die Mutter da macht, was macht die Mutter? Ja, was trinken, sie hat Durst. Mutter hat Durst. Kann ja nicht sein. So, können sie kommen. So, ein paar vorgrächtige Stunden weiter, haben wir meistens schon wieder abgebaut, wo sie schon wieder gut bestückt, die Tische und der Schirm muss noch weg und dann würde ich sagen, die anderen haben auch zum Teil schon abgebaut. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und Daumen da, ich wünsche euch einen schönen Sonntag, bis die Tage.